Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiners ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keiter, Jörg, Krebs und Pachtoff. Das war ein Befeind! Der Angriff Steiners war ein Befeind! Wer schickt sie? Das hier Sparabend ist ein Befeind, so wie das Leipzeln! Oh, meinst du das einfach, der kommst! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederzterrestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich setz Feindlinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch ein Geschmolz des deutschen Volkses! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lallen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmolle Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter, von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber will Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse? Irren Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Ich bin ein Abysso-Saturn-Produktion! Ich bin ein Abysso-Saturn-Produktion! Das war die Kugel-Saturn-Karat-Karat!